Dieses zum Kauf angebotene Einfamilienhaus wird im Kreis Oberspreewald-Lausitz erbaut. Voraussichtlich 1910 wird dieses Gebäude erbaut. Es hat ein Schlafzimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 405 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 150 Quadratmetern. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 12.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.